Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC 4, der letzte Part zur WRC 2. Wir haben zuerst in Australien gewonnen, führen momentan in der Gesamtwertung. Hier werden wir nochmal gratuliert für den Rallye-Sieg. Nächstes Ziel natürlich wieder mindestens Platz 3, aber mein persönliches Ziel ist zu gewinnen, damit Kubica keine Chance hat, mir nochmal den Titel abzuluchsen. Weil momentan führen wir, haben Lappi natürlich geschlagen. Und wen sollen wir jetzt schlagen? Alcuvari. Oh, das wird jetzt mal ein bisschen schwieriger, weil der ist momentan zweitplatzierter in der Gesamtwertung. Also in der Meisterschaft. Jetzt geht es nach España, nach Catalonia. Und ich bin doch eigentlich mal wirklich interessiert und gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. Dann nehmen wir natürlich das Spanien-Setup. Habe ich mir ja hier schon mal vor ungefähr anderthalbem Monat zusammengebastelt. Eben auf einem RC2-Auto. Und das sollte doch eigentlich jetzt auch passen. Erste Etappe geht los. Was sagt Kubica, unser netter Teamkollege? Man merkt schon, dass Alcuvari wirklich eins mit seinem Fürth geworden ist. Ich glaube, hier in Spanien wird er das Tempo vorgeben. Denkste. 3,5 Kilometer sollen wir hier fahren. El Priorat. Heißt die Etappe. Okay. Und damit geht es jetzt mal los. Ich würde sagen, ich bin traditionell hier in Spanien wieder sehr, sehr stark. Kommt mir eigentlich meinem Fahrstil und Ähnlichem entgegen. Und das sollte das doch eigentlich passen. Ähnlich der Deutschlandrallye denke ich doch, dass ich hier zurechtkomme. Macht natürlich auch Spaß, die Straßen entlang zu fegen. Setup wieder phenomenal, muss ich sagen. Also so den ersten Kurven, richtig, richtig geil. Das war jetzt gerade ein bisschen zu spät gebremst. Aber naja, das war ein bisschen weit genommen. Aber trotzdem minimal ein Vorsprung. Obwohl er ja hier doch schon einige Fehler drinne hat. Die auch natürlich Zeit gekostet haben. Fehler kosten immer Zeit. Da hast du überhaupt nichts. Und das sollten wir doch eigentlich jetzt hier auch gewinnen. Denn ich bin hier doch ziemlich optimistisch, dass wir hier als Sieger vom Ort abreißen und uns aus der WAC 2 verabschieden können. Wobei ich aber sagen würde, auch wenn wir jetzt hier in der Meisterschaft Zweiter werden würden, ich würde in die WAC aufsteigen, hochgehen. Haben wir jetzt schon Angebote aus der WAC. Und wir haben jetzt beim letzten Saisonstart gehabt. Und da sollte es doch eigentlich dämpfen, tief in Richtung WAC nach oben gehen. Jetzt haben wir hier knapp drei Sekunden Vorsprung. Das sieht doch mal ganz gut aus. Ich fahre hier aber momentan ein bisschen vorsichtiger, weil ich zum einen das Auto nicht unbedingt schrotten möchte. Zum anderen aber auch, für was soll ich unnötiges Risiko eingehen, wenn ich doch eigentlich auch mit etwas weniger Einsatz gewinne. Und ich gerade hier das Rückstand habe. Das war einfach, weil ich schon wieder in der Wand festhing und mich da total dumm gedreht habe. Ich bin immer noch der Meinung, dass das nicht konform der Physik ist, dass ich mich da immer so dumm wegdrehe. Vor allem egal, wie ich ranfahre, immer drehe ich mich gleich weg. Das ist irgendwie wahrscheinlich schlecht programmiert oder simuliert. Ich weiß es nicht. Weil eigentlich müsste man, wenn man dann unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Winkeln gegen sowas fährt, sich bei den Sings unterschiedlich wegdrehen. Aber es dreht sich immer gleich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie komisch. Aber naja. Gibt es jetzt hier erst einmal entlang. Auch auf alle Fälle richtig, richtig ran hier wieder zu fahren. Ich finde auch diese Landschaft phänomenal, auch wenn ich noch nie in Spanien war. Und auch nicht unbedingt die Motivation sehe, nach Spanien zu reisen, fahre ich ja trotzdem relativ gerne, also doch sehr, sehr gerne gang. Die Haarnadel habe ich schon in den vorhergehenden Teilen nicht hinbekommen, weil das ist ja immer im selben Gebiet und die Haarnadel, ich glaube, das ist eins für eins übernommen. Jetzt haben wir ja Alcovary geschlagen. Oh, Kubica nicht so gut unterwegs. Aber es ist ja meistens so, dass er die erste Taunend schiefer schläft. Aber trotzdem 2,77 Sekunden Vorsprung. Das ist doch top. Auch wenn es natürlich hätten mehr sein können, weil ich ja doch zwischendrin ziemlich verkackt habe. Aber naja. Robertoson war absolut unglaublich. Keine Ahnung, wie er so eine Zeit vorlegen konnte. Wir werden uns einfach den zweiten Platz zufrieden geben müssen. Ja, werdet ihr es wohl tun müssen. 3,8 Kilometer Salou. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist jetzt unsere neue Etappe. Motorquant etwas. Na gut, ich bin ja auch richtig dumm in die Wand eingeschlagen. Muss ich ja zugeben. Ich hoffe, ich kriege den Schaden dann hier beim Service repariert. Aber es sollte doch eigentlich passen. Und so. Ich gehe jetzt jetzt hier mal vorsichtig um die Kurve herum. Und probiere mal hier, uns richtig schön auszutoben. Und mache natürlich das Beste draus. Bis sich hier schön hier an der Küste entlang zu fahren. Ich glaube, hier diese Barrieren, die gibt es wahrscheinlich vor allem an den südländischen Küsten, sage ich mal. Spanien, Portugal, Italien. Weil ansonsten, also in diesen Ländern, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es hier Leitplanken und alles mögliche, aber solche Mauern oder so etwas. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie nicht mehr. Außer es ist nicht eine ganz alte Straße und die wird bloß ganz selten benutzt oder sowas. Oder es ist Land, Stadt oder was auch immer. Weil wer da jetzt dort ein Anrainer ist und für die Straße zuständig, hat kein Geld, die zu renovieren. Aber an sich gibt es ja eigentlich solche Barrieren nicht mehr. Das ist ja jetzt alles hier hochgeladen. Hochtechnologisiert mit irgendwelchen Leitklanken-Systemen. Dabei finde ich, hat so eine Mauer deutlich mehr Charme als so eine scheiß Leitplange, ganz ehrlich. Ich würde wirklich sagen, dass wenn ich hier vollgegenfahren würde, würde das Blech an die Leitplanke einfach umknicken. Da kann man noch so starke Pfeiler quasi einsetzen. Da machst du nichts, dass der nicht gerade in Statik und Festigkeitslehre. Und so eine Steinmauer, würde ich sagen, ist da doch stabiler. Zumindest eine betonierte, so eine gemauerte, weiß ich nicht, kommt vielleicht auch im Zustand der Mauer drauf an, aber normalerweise sollte die dann doch schon noch ein Stückchen länger halten als der Stahl, weil der Stahl, der wird meistens dann, weil man ja doch auch irgendwo da mal Kante dran hat am Auto, weil man tut ja nicht hier, oder Stuhlstange auf dem Boden quasi schleifen. Da würde ich wirklich sagen, dass da einfach das Weg knickt auf der Höhe, man da quasi dann nochmal abhebt in die Pelswand. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher, da frontal drauf zu fahren, aber das hält doch wahrscheinlich ein bisschen mehr aus als bloß so ein bisschen Leitplanke, würde ich sagen. Da wäre vielleicht auch mal eine Untersuchung wert. Die AC hat zumindest mal vor ein paar Jahren festgestellt, dass diese Betonsachen auf Autobahnen, wie diese Profile da, die dann als Ersatz für Leitplanke genutzt werden, durchaus das Auto besser verformen und abbremsen als so eine Leitplanke, weil sich meistens das Auto bei dem Blech nicht ausreichend verformt. Also bei einer Leitplanke, wir haben jetzt übrigens erst mal gewonnen, sondern die tun dann eben das Auto, oh, Kupica hat Alcovary geholt. Ich tue das dann in der nächsten Etappe erörtern, das dauert wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger, das zu erklären. Jetzt haben wir erst mal Service Park vor uns. Ich sage, er ist ja nur ungern, aber Robertustan war der bessere Fahrer. Wahrscheinlich hatten sie die besseren Einstellungen, aber sie waren auch einfach schneller. So, ja, wir sind einfach besser. Hast du das endlich mal eingesehen? Besser später als nie. So, jetzt müssen wir die Räse, Motor, den Turbo, den Ladeluftkühler. Jetzt müssen wir eigentlich noch Zeit haben für die Federung. Jawohl. Jetzt versuche ich einfach mal, keinen Schaden mehr reinzufahren und dann sollte das auch passen von den Einstellungen her. Ja, so, Spanien Setup und jetzt zurück und zurück und los geht's. Ja, also, ach, jetzt muss ich ja nochmal vorlesen und dann kann ich endlich anfangen zu erzählen. Gestern lief es teamlich gut und ich bin mit unserem zweiten Platz zufrieden. Ich glaube, wir haben uns eine gute Ausgangsposition verschafft und können in Spanien mit einer ausgezeichneten Rallye rechnen. Ja, mal gucken. 3,6 Kilometer. Ja, also, die haben da festgestellt, dass das Auto, das ist ja auch irgendwie so konstruiert, dass es sich mit bestimmten Bedingungen verformt, dass da möglichst viel Energie in die Karosserie übergeht und der Passagierraum bzw. die Passagiere sich da eigentlich, das ist auch vielleicht mal eine verbeultete Tür oder so etwas, ja, unbeschallt aus dem Auto rauskommt mit Erdbeck und all den ganzen Sicherheitssystemen, die es da so gibt. Und, ja, es war einfach wirklich, sozusagen, doch relativ verraschend, dass das Auto, also, dass die Autos sich besser verformen, wenn sie auf so etwas Hartes wie eine Betonwand fahren, als wenn sie auf eine etwas nachgebende Leitplanke fahren, weil in den 70ern, 80ern waren vielleicht die Leitplanken immer noch sicherer, als so eine Betonwand, weil das Auto damals noch sich einfach nur wilder verpumpt hat, hat die Leitplanke eben dann die Energie aufgenommen, aber in den modernen Autos nehmen das Ganze eher nicht so wahr, als dass es, ähm, vom, vom Energieaufnahme und so etwas, ist es gefährlicher für moderne Autos, gegen eine Leitplanke zu fahren, als, äh, gegen eine feste Wand, weil dadurch die Struktur, die im Auto so, ja, durch Söldrückstellen und Verformtaschen quasi dann, äh, darauf ausgelegt sind, wenn man irgendwas auf etwas gefährliches oder hartes fährt, ähm, dass es da eben nachgibt, oder beispielsweise, wenn man da irgendwie ein anderes Auto drauf fährt, ähm, es ist ja dann auch zum gewissen Teil dann richtig hart, beispielsweise Achsen oder sowas, kriegst du eigentlich nicht verformt, und auch irgendwo, wenn du dann die, äh, Knautschzone bei dem Auto vor dir, oder, äh, sowas, in der du gerade reingefahren bist und zusammen geformt hast, ist auch deine Knautschzone so, quasi, zusammen, und die sind ja auch ungefähr, nach allem System ungefähr aufgebaut, so viel Spielraum hat man da auch, also nicht nur eigentlich nicht, und, ja, das ist eben bei solchen Leitplanke ein Antos, weil die nicht so nachgehen, wie, wenn man auf dem Auto oder auf eine Mauer drauf fährt, sondern, das ist einfach, ja, wie könnte man das erzählen? Ja, das könnte man vielleicht so erklären, dass man, wenn man immer, äh, beispielsweise, äh, Nägel in dem, wenn man Nägel schlägt, wird ja der Nagel, ähm, wenn man den in Holz schlägt, verhält er sich ja anders, als wenn man den beispielsweise in eine geputzte Wand oder sowas rein schlägt, und so ungefähr kann man das auch mit dem Autos und dem Blech vergleichen und ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich mal genug debattiert, fünf Sekunden Vorsprung haben wir jetzt derweile rausgefahren, 14 Sekunden insgesamt, das sieht doch mal wieder ganz entspannt aus, da bin ich mal optimistisch für die letzten drei Etappen, wir genießen noch einmal die Zeit hier in der WC2, ich habe eine Querstrebe eingebaut, die zu steif war, dadurch waren die ganzen Einstellungen etwas unausgewogen, das hat uns aber nicht davon abgehalten, uns auf einen spitzen Platz vorzukämpfen, 4,4 Kilometer, jawoll, top, probieren wir es einfach mal, hier noch einmal einen richtigen rauszuhauen, dass Kubica endlich mal aufgeht, hier irgendwelche Sprüche, ja, ich fang den noch am Bund, ich gewinne hier noch und so etwas, äh, denn ich werde aufsteigen und er wird nächstes Jahr zumindest hier im Spiel immer noch WC2 fahren, und außerdem werde ich mir den Titel holen, ja, das ist jetzt einfach nur Egoismus und Selbstverbewusstsein, aber ich glaube, das braucht man auch, vor allem im Motorsport, wo nicht immer alles nur von dir abhängt, aber du musst eben dann trotzdem die Motivation haben, hier alles aus dir rauszuholen und, ja, das ist natürlich auch relativ viel Ego dabei, und beispielsweise können dann auch so kleine Stiche leiden, vor allem, ähm, letztes Jahr hat man es in der Formel 1 gesehen, zwischen Vepa und Vettel, wo die beiden sich überhaupt nicht leiden konnten, seitdem, äh, Vettel dann, obwohl Teamanweisung, nicht an Vepa vorbeizufahren, Vepa überholt, dann gab es ja richtig, richtig Zank danach, Vettel hatte sich ja zuerst, ähm, entschuldigt nach Malaysia bei ihm und bei den Fans, und dann eine Woche später in China, ich bereue nix, und das hätte ich jedes Mal, würde ich jederzeit wieder machen, und, ja, das war, ich würde sagen, das war dann so definitiv der, die Wende, wo dann, wer einfach gesagt hat, nein, ich mache mich nochmal an hier bei Red Bull, weil, da stand es noch nicht ganz fest mit Bursche, aber kurz danach kam eben dann das Gerücht auf, dass er zu Bursche gehen würde, wenn ich da recht im Sinne, ähm, und ich weiß auch, dass, äh, äh, ich habe auch gelesen, dass, äh, Vepa das auch als, äh, ja, so als, als, als den letzten Anschub gegeben hat, den, den, die Formel 1 und Red Bull den Rücken zu kehren, und dann in die Langstrecke zu gehen, nach Le Mans, äh, zu Bursche, weil er eben gesagt hat, dort ist noch der Teamgeist da, kommt der auch aus der, ähm, Prototypen-Langstrecken-Meisterschaft, vor der ja, ähm, bevor er Formel 1-Fahrer war, für Mercedes, glaube ich, wurde dann, ähm, ja, mit in die Formel 1 gehievt, und hat sich da relativ lange, ähm, mit Williams und anderen Sachen, ähm, herumgeschlagen, oder anderen Teams herumgeschlagen, die dann nicht so erfolgreich waren, obwohl er nicht den Erfolg haben konnte, und ist ja eigentlich auch bloß die letzten paar Jahre dann mit Red Bull, ähm, nochmal so richtig aufgeblüht, und er hat da nochmal Siege und so etwas einfahren können, weil ansonsten war es eher eine relativ trostlose Formel 1-Karriere geworden, war ja, ähm, gleichzeitig mit Fernando Alonso eingetreten, ähm, Alonso, ähm, waren, glaube ich, beide bei Minabi, wenn ich mich recht entsinne, zuerst, und, äh, ja, Ferber hat es dann einfach nicht so ganz geschafft, ähm, sich dann, wie beispielsweise Alonso dann bisher zu, äh, Renault gegangen, und Werber zu William, zu William, das war ja damals auf dem Absteigenden, also nicht auf dem Aufsteigenden, und das war eigentlich dann quasi sein Fehler, weil er da seine Chance nicht und sein Können nicht zeigen konnte. So, wir haben jetzt, äh, sieben Sekunden nochmal rausgefahren auf Kubica, also jetzt sollte doch endlich mal seinen großen Mund, äh, ich will es mal freundlich ausdrücken, etwas kleinlauter aufreißen, und nicht sagen, ja, den fange ich noch ab und ich hole noch die Meisterschaft, das finde ich nicht so toll. Das war jetzt ein ziemlich knappes Ding zwischen Robertos und Alcovary und uns. der zweite Platz ist zwar nicht der erste, aber immer noch besser als der dritte. Ja, endlich hat er mal aufgehört zu sagen, ja, das war einfach noch Glück, dass er gewonnen hat. Endlich mal Anerkennung für mein hartes Arbeiten hier. So. Und damit gehen wir mal wieder mit einem komplett funktionsfähigen und top-schüssigen Fahrzeug hier auf die Strecke. Ja, die letzten beiden Etappen. Der letzte Tag geht los. Jawoll. Die letzten zwei Etappen in einem WRC2-Auto. Auf diesen Strecken haben wir viel Potenzial. Robertos und Pferd, richtig gut, aber ich will die Möglichkeit nicht ausschließen, dass wir die Kohlen hier noch aus, noch aus dem Feuer holen und am Ende gewinnen. Naja. Jetzt hat er schon wieder Mugenluft geschnuppert. 5,9 Kilometer. Jetzt tun wir den aber mal so richtig einen reindrücken. Na! Soll wenigstens in der letzten Etappe kleinlaut sein und sich endlich mal mit dem zweiten Platz zufrieden gehen. So. Aber ich denke es war doch mal wieder eine ganz spannende Meisterschaft. War natürlich auch mit ein paar Aufregern. Ich erinnere mich da bloß an Finnland. Aber an sich würde ich doch sagen, es war mal wieder eine ziemlich gelungene Meisterschaft. Ich bin auch mit dem Schwierigkeitsgrad zufrieden, der mich auch als Fahrer oder Spieler durchaus fordert. Und klar könnte das natürlich alle 70 einfacher und schöner sein, aber naja. Hätte wäre wenn. Wir haben hier auf alle Fälle auf einmal diese Rallye-Tappe zu gewinnen und da mal obendlich einen rauszuhauen. Also ich will das wirklich, dass dann nicht nochmal hier dieses Interview dann vor der letzten Etappe kommt. Ja, ich hatte ja da und da das Problem, aber auf der letzten Etappe greife ich nochmal voll an und gewinne ja noch alles. Ganz ehrlich, das ist dann erstes bisschen unrealistisch, weil das wahrscheinlich wieder eine relativ kurze Etappe sein wird. Schätze ich mal ab. Und zum anderen, ja ganz ehrlich, klar will der hier noch gewinnen und sich zeigen, aber... So ist wirklich bloß noch eine Mini-Chance, die er hat, da müsste ich ja wirklich mal so einen richtig harten Feder machen. Und da alles kaputt machen und gar ausscheiden, ansonsten schafft er die 20 Sekunden nicht mehr aufzuholen. Würde ich mal sagen, also die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering. Ja, da muss man auch manchmal ein bisschen von Wahrscheinlichkeit reden. Ja, da muss man mal hier ein bisschen vorsichtig fahren. Ja, jetzt habe ich mich ja gerade ein bisschen mit dem Vorderrad behaft. Das war natürlich viel praktisch, aber ich denke doch, dass wir hier immer gut im Rennen sind. Theoretisch könnten wir jetzt auch uns zurücklehnen und den Vorspielraum verwalten. Führen sogar noch, obwohl wir hier doch diesen relativ karten Fehler gehabt haben. Aber ich will mich nicht zurücklehnen, weil das hat man, das sagen ja viele, viele Formel 1 Fahrer, wenn die dann irgendwann führen mit relativ sicherem Abstand und dann Reifen schonen sollen und was weiß ich alles. Ja, die sagen dann wirklich, ich habe da meine Probleme mich zu konzentrieren, wenn ich dann nur noch so langsam vor mich hinfahren soll. Da fahre ich lieber dann, wenn ich möchte, weil der Sebastian Veldel macht, dann entgegen der Aufforderung vom Team meine Bestzeit in der letzten Runde oder so oder in der vorletzten Runde, als dass ich dann da ausfalle, weil ich da irgendwie Fehler mache oder dann doch meinen Vorsprung gefährde. Und so fahre ich jetzt eben auch auf Angriff, zwar nicht tausendprozentig, sondern bloß vielleicht hundertprozentig und nicht hundertzehn, aber trotzdem auf Angriff, damit ich hier erstens nochmal ein bisschen Kupitzer nehmen. Ich bin gar nicht mal komisch und die Wand geklitscht, das ist ja mal gut. Da war auch eigentlich eine Theaterwand, deswegen war es eher nur ein Schramm als so ein Einschlag. Mal gucken. Mal gucken, wie jetzt hier die nächste Zwischenzeit ist. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es relativ dunkel ist hier im Spiel. Ja, heute früh wurde ich von dem Hausmeister hier in dem Haus, wo ich wohne, geweckt, der da meinte, früh halb acht Schneeräume zu müssen. Direkt vor meinem Fenster. Ich habe dabei dann zufälligerweise mein Auto voll eingeräumt, was hier in der Parkbrücke vorm Haus steht. Ja, also der Fußweg muss ja komplett sauber sein. Und den Schnee, den wir mal auf dem Fußweg zusammenkratzen, den wir mal einfach unter das Auto schieben, weil ich noch nicht so ganz, wie ich dann irgendwann mal aus der Parkbrücke rauskommen soll, wenn da noch ein bisschen Schnee dazukommt. Da weiter hinter den Schnee unter das Auto schiebt. Da braucht man eigentlich nicht anderthalb Meter Platz auf dem Fußweg. Da reicht auch ein Meter Platz. Dann hat man einen halben Meter zum Schnee aufschaufeln. Ganz ehrlich, das sehe ich da nicht so ganz ein. Aber wir haben jetzt hier erst einmal doch ganz gut uns präsentiert, würde ich sagen. Haben hier nochmal eine Bestzeit rausgehauen. Zehn Sekunden nochmal rausgefahren. Haben jetzt 32 Sekunden Vorsprung. Ähnlich wie in Australien. Top 32 Sekunden. Finde ich super. Und jetzt die letzte Etappe. Was sagt Kubica jetzt noch einmal? Das will ich jetzt sehen. Gegen Ende der Etappe stand ein Wagen verkehrt rum. Vielleicht war das all reich. Wir haben ein paar Sekunden verloren und Robertoson hat uns geschlagen. Ja. 1,4 Kilometer. Bloß ein Park Serpentin im Prinzip. Also nicht gar so schwierig. Und da sollten wir doch eigentlich hier nochmal ordentlich zurechtkommen. Und hier nochmal eine Bestzeit hinsetzen. Ich denke doch, dass es hier gut funktionieren sollte. Hoffen wir einfach mal. Also in der Zwischenzeit minimaler Vorsprung. Aber es ist meistens so hier auf dieser Etappe. Hatte ich ja doch schon durchaus öfter das Vergnügen. Und mittlerweile... Ja, okay, das ist jetzt mein drittes Mal. Jetzt habe ich ja auch Zeit verloren. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Das hat auch noch Kubica, diesen minimalen Vorsprung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, mal gucken. Was jetzt die Zwischenzeit sagt. Minimaler Vorsprung. Da muss ich jetzt hier nochmal pushen, pushen. Ah. Ich staune wirklich jedes Mal, wie hier die Rallyefahrer dann hier sehr, sehr engen Terrain wahnsinnig schnell fahren. Weil, ich glaube, irgendwie durch den Straßenverkehr würde man hier deutlich langsamer fahren. Ich würde hier vielleicht nur 30 fahren, aber ich würde deutlich vorsichtiger fahren. Ja klar, ich habe hier das ganze Fahrzeug, die Fahrbahnbreite und so etwas in Beschlag. Aber ich würde da trotzdem nicht so schnell fahren. Also, ganz ehrlich, das ist echt Respekt. Chapeau. So, da haben wir jetzt Kubica geschlagen und haben nochmal dreieinhalb Sekunden rausgeholt. 36 Sekunden Vorsprung auf Kubica. Damit verabschieden wir uns hier aus der Meisterschaft. Haben mit 10 Punkten Vorsprung Kubica geschlagen und haben den WAC2-Titel auch noch geholt. Das ist doch mal optimal. Und damit tun wir auch noch die 21.000 Berufspunkte Marke knacken. Ja, die Meisterschaft hat hier doch relativ viel eingebracht. Super. Finde ich top. Und damit haben wir uns jetzt natürlich das Jubeln verdient. Robertuson war heute der schnellste Fahrer und Kubica-Team einfach das beste Team. Viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, Doppelsieg mal wieder. Alkuvari, unser Konkurrent hier in der Rallye auf 3, Kubica auf 2 und wir natürlich hier wunderbar gewonnen. Dann tun wir hier nochmal die Celebration uns angucken und damit geht es jetzt erst einmal wieder ins Hauptmenü. Ja, jetzt diese Freischaltung für die Errungenschaft WAC2-Titel kriege ich leider nicht mehr. Tut mir leid. Und das soll jetzt doch jetzt hoffentlich funktionieren. Jawohl, wir haben hier doch sehr, sehr toll gewonnen. Hier kriegt man auch relativ wenig. Perm gewinnt zumindest. Ich glaube, da hat er auch zuvor schon die Meisterschaft gewonnen. Löb und Elena gewinnen mal wieder. Oh je, auf dritten Platz. Das sieht auch gut aus. Ostberg hat eine defekte Gangsschaltung. Auch toll. Sehr, sehr wichtige Information und da gucken wir uns jetzt hier nochmal die E-Mails an. Damit haben wir hier gute Arbeit. Haben Alkuvari geschlagen und am Ende der Meisterschaft. Eine wohlverdiente Pause. Ja, so viel Pause ist jetzt nicht. Für euch geht es morgen schon wieder weiter. Wir kriegen hier die Gratulation zum Weltmeister. Und jawohl, das ist doch mal top. Ich würde sagen, bevor es in die nächste Saison geht, lasse ich ein paar Tage vergehen. Ihr könnt da vielleicht noch mittlerweile abstimmen für ein Auto. Und ich werde mich vielleicht daran orientieren. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.